Ich als Pumper habe die Abendrücklegende Leonidas geschlagen, aber bevor es losgehen konnte, musste ich mich natürlich erstmal an ein paar Kandidaten wahr machen. Und da ich meine Aufwärmgegner mit Leichtigkeit geschlagen habe, war ich dann absolut ready für den absoluten Tag. Ready? Let's go. Okay, drei, zwei, eins. Am Anfang habe ich mich extra noch geschont. Junge, das ist ein Stein. Drückst du schon? Nee, ich halte ja nur.